Wenn ihr kein Problem damit habt, wir können das gerne laufen lassen. Das ist super für die zum Akklimatisieren. Dass ihr einfach so ein bisschen lernt, während nebenbei so Zirkus passiert, ist alles gut. Geil. Abmarsch. Genau, mach das. Super. Sieht ein bisschen ruppig aus, aber das ist deren Art und Weise miteinander nett zu sein. Sieht ein bisschen ruppig aus, aber das ist ein bisschen ruppig aus, aber das ist ein bisschen ruppig aus.